Schön, wir haben zwei Tage für den Aufbau gebraucht. Das heißt, wir haben jetzt keine Zeit für eine Generalprobe. Macht euch keine Sorgen, ja? Lasst die Köpfe nicht hängen. Betrachtet die Premiere als Generalprobe. Mein Gott, morgen ist Premiere, ja? Wir hatten nur 14 Tage zum Probieren und wir wissen überhaupt nicht, wo es lang geht. Aber mein Gott, ich will jetzt keine große Rede halten. Aber Tatsache ist, wir müssen da raus. Ich glaube, an dieser Vorstellung sollte ein Regisseur nicht mehr rühren. Er spielt jetzt einfach drauf los. Ich werde da draußen sitzen und mich analysieren. Okay, weiter geht's. Gary und Brooke im Schlafzimmer. Dottie in der Küche. Belinda und Freddy warten, wo er ausfährt. Lichter. There's no business like show business, like no business, I know. Everything about it is appealing. There's no people like show people.